Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ja SCP Containment Breach. Ich finde das Spiel gerade so super, dass ich es nochmal spielen muss. Auch wenn man wahrscheinlich sowieso noch nicht weiterkommt, als ich mit Freddy schon gekommen bin. Das hat sich jetzt falsch angehört. Ich werde es trotzdem versuchen, beziehungsweise einfach mal schauen, wie es dieses Mal läuft. Das ist ja wie gesagt jedes Mal neu random generiert. Und jetzt werde ich Angst haben, denn diesmal ist niemand bei mir, der mit Beistand geben kann. Die Frames sprechen schon wieder ein. Und das ist immer noch viel zu laut. Egal. Gasmuskeln. Ja, ich kenne das Dokument schon nicht. Ich weiß 173. Ach ja stimmt, ich muss nur zwinkern. Hätte ich ganz vergessen. Ballerin. Was sind das für Geräusche? Ja, hör auf damit. Los. Gas. Oh mein Gott, wo kam das denn jetzt her? Verfick der Scheiße. Fick doch deine Autos. Oh Gott, gleich nochmal. Gleich nochmal zu Tod erschrecken und sterben. Schau mal, wie lange ich das überhaupt durchhalte, ey. Ich werde sterben, verfickt nochmal. Ich werde ein Herztod erleiden. Jetzt mal bitte aufhören zu laggen, du Dreckspiel. Ich bring dich um. Deine Autos auch. Ja, komm, es reicht. Das langsam bin ich es gewohnt. Ihr hört die Geräusche, oder? Ihr wisst, dass ich sterben werde, oder? Solche scheiß Angst. Geh zu. Hallo, girls. Ich geh jetzt erstmal links lang. Äh, Entschuldigung, anderes rechts lang. Okay. Es gibt schon mal einen Raum, wo es absolut nichts zu holen gibt, und... Fuck. Nein, auch wenn der Türi sich nicht von den eigenen Augen verschließt. Ernsthaft, ich hab hier ziemlich schnell ziemlich viel Angst. Das Spiel ist halt auch einfach extrem gut gemacht. Ich glaub, ich sollte hier nichts machen, ich mach's aber trotzdem. Ich hab Angst. Ja, was mach ich jetzt hier? Ich geh da lang. Und da ist Blut auf dem Boden. Oder vielleicht hat er doch einfach nur Spanky Ham dahin uriniert. Ich hab Angst vor diesen Gängen. Seit mir da einmal dieses Ding entgegengekommen ist. Ich lauf jetzt einfach ein bisschen. So, jetzt bin ich noch viel weiter gelaufen. Was bringt mir das jetzt? Ich nehm mir wieder den rechten Weg. Ich mag die Musik nicht. Nein. Musik fickt dich. Musik, nein. Ich mein, das ist jetzt ernst. Fick dich doch einfach. Ich hab so ein ungutes Gefühl bei den Sachen hier. Ein langer Gang. Immer gut. Eine offene Tür. Noch besser. Ich hab gehört, die Kameras sollen mir auch wehtun können. Ich hab erst dieses, dieses scheiß Symbol hab ich erst für ein Auge gehalten. Ich werde sterben. Okay, hier haben wir wieder diesen Elektrical-Autobaum. Ich war aber noch nicht in einem Raum, wo ich irgendwie... Oh mein Gott! Nein! Nein! Du verpiss dich jetzt! Los! Raus! Meine Güte! Fick der Scheiß-Drecks-Fotzen-Hure! Ich bin kein Stückchen, äh, beleidigend. Oder, ich weiß nicht, wie man das Wort nennt. Nö, nö, nö. Ja, hier unten werde ich definitiv sterben. Mal schauen. Welcher Weg? Nein! Bitte! Bitte, tu mir nichts! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Nein! 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 Bitte! Ich bitte dich! Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Naja, eigentlich ist es mir egal, aber... Ich will nicht sterben, ich habe freche Höllenangst. Nein! Was ist jetzt los? Irgendwo ist es! Ich weiß nur nicht wo! Und ich laufe jetzt ein Stück. Ha! Da ist es ja! Was geht denn? Falsche Richtung! Immer noch! Nein! Ich werde sterben! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Verfolgt mich! Helf mir doch! Ja, Garst! Du bist mir gerade momentan scheißegal! Nein! 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 Fick dich doch einfach! Hallo! Ah! Mein Gott! Mein Gott! Ich habe keine Ahnung, wie ich schwitze! Ich habe so eine Höllenangst! Ich habe so eine verfickte Höllenangst! Mein Gott, ey! Ich glaube, ich beende den Part an dieser Stelle! Nein, ich beende ihn nicht! Wisst ihr, was? Eine Runde geht noch! Einmal! Einmal werde ich noch zu Tode erschrecken! Und dann einfach... Und dann einfach... Diese Nacht einfach nicht schlafen! Schlaf jetzt sowieso überbewertet! Boah, ey! Alter! Oh mein Gott, ey! Verfickter Scheiße! Ah! Drecks! Blocks! Jetzt geht gleich der Alarm los! Ich kann nicht mehr mehr Alten! Ich muss mich verarschen! Wir kennen ihn schon! Halt die Fresse! Ernsthaft, halt die Fresse! Hab ich jetzt mir teilweise nur zuschlagen gehört? Ich breche wahrscheinlich gerade alles in Sicherheit! Oh mein Gott, ich habe Angst! Hier war ich noch nie! Mein Gott! Ich bin da im verfickten Büro! Jetzt hab ich jetzt auch schon wieder diesen Navigator, der mir sowieso nichts bringt, weil er keinen Plan hat, wo er ist! Und hier ist eine Security Card, welche... Level 2! Oh mein Gott, damit würde ich weiterkommen! Wenn ich dann den richtigen Weg finden würde, ist hier noch irgendwas? Nein? Kann ich mir das jetzt anschauen? Achso, ich habe nichts aufgepickt, was ich lesen könnte, ich Bastard! Dummes Stück Scheiße! Oh! Oh nein! Oh nein, fick dich doch einfach! Du behinderter Scheiß-Bastard! Oh! Hell no! Da hatte ich die Karte und bin schon wieder verreckt! Oh, ich bin... Ich bin... Oh mein Gott, ey! Ich bin einfach nur bin! Laden! Nein! Okay, der war schlecht! Tut mir leid! Ich... Beende das jetzt, Play an dieser Stelle! Ich mache wann anders weiter, das in der Nacht zu spielen ohne Beistand! Hölle! Bis dann! Haut rein! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.